Ja, ich grüße euch, liebe Freunde. Heute ist der 19.12.21 und es ist Sonntag, der 4. Advent. Ich bin ja einer dieser traditionsbewussten Menschen. Als unsere Mutter, also unsere, weil ich dachte gerade an meine Schwester, also meine, und sich von meinem Vater trennte, da lebte ja ich dann mit meinem Vater, weil eigentlich wollte ich zu dem Zeitpunkt ausziehen, aber dann haben wir erstmal gesagt, naja, jetzt sind wir beide versingelt, denn ich war es auch gerade. So wurden dann nochmal 14 Jahre draus, wie wir zusammen lebten. Mein Vater war ja sehr, genau wie meine Mutter, sehr unweihnachtlich. Beide haben Weihnachten immer gehasst. Ich weiß nicht warum. Vielleicht haben sie mit ihren Eltern schlechte Erfahrungen gemacht. Aber ich habe schon als Kind gemerkt, gern haben sie das nicht gemacht. Sie haben es für uns gemacht, weil wir Kinder gewesen sind. Aber sobald wir es nicht mehr gewesen sind, es war dieses bemühte, fröhlich sein, von dem ich schon als sieben- oder achtjähriger mag, wie falsch das war. Und ich bin nie darüber ganz hinweggekommen, zu sagen, was hätte ich als, ich hatte als Kind immer das Gefühl, was habe ich falsch gemacht, dass meine Eltern an diesem Tag so missgelaunt sind und so eine falsche Fröhlichkeit. Die haben wahrscheinlich, die wissen, bis, mein Vater ist ja tot seit 2016. Meine Mutter, die noch lebt, die wollte ich es auch nicht erzählen, warum. Das Geheimnis geht mit mir ins Grab. Aber ich habe nie verstanden, warum sie diese, dass sie glaubten, sie haben uns darüber getäuscht, aber ich habe schon mit sechs oder sieben begriffen. Für sie war das nur Hektik, Strafe und Qual. Und schon als Kind habe ich so oft gedacht, ich hätte auf alle Geschenke verzichtet, wenn meine Eltern nur an einem einzigen Weihnachten friedlich und entspannt mit mir zusammengesessen hätten und meiner Schwester. Und wir hätten einfach, ich weiß nicht, ein Weihnachtslied gesungen, und uns an unserer Gesellschaft erfreut. Mein Vater war ja sehr umgänglich und gesellschaftlich orientiert, aber für meine Mutter war jede Art Gesellschaft unerträglich. Früher bekam mein Vater ja noch Besuch, Kollegen oder Bekannte. Meine Mutter hat sich immer ins Schlafzimmer zurückgezogen. Egal wer es war, es war ihr nie gut genug. Ich weiß nicht warum. Mit einigen Freunden meines Vaters hatte ich ja auch selber Kontakt dann. Da waren einige wirklich interessante Menschen dabei. Ich habe das nie verstanden, was sie da so alle beide so missgelaunt hat. Und ich habe mich als Kind immer irgendwie, ich will nicht sagen schuldig gefühlt, aber doch bedrückt. Ich meine, aus heutiger Sicht weiß ich, mit meinen Eltern haben einfach die völlig falschen beiden Leute sich zusammengefunden, charakterlich. Beide wahrscheinlich, vor allem meine Mutter, schwer beschädigt. Jedenfalls sagt sie das auch immer. Ihre Eltern sind ja seit, ich weiß nicht wie vielen Jahrzehnten tot. Meine Mutter ist jetzt 70. Ihr könnt es euch also vorstellen, lange. Und trotzdem, wenn sie von ihren Eltern erzählt, und das macht sie sehr oft, sie erinnert sich an jede Niedertracht. Ihre Eltern, ich kannte ihre Eltern ja nur sehr flüchtig, die Großeltern meiner Mutter. Ich kannte die Großeltern meines Vaters sehr gut, denn wir sind ja in einem Haus zusammen aufgewachsen. Also meine Eltern, meine Großeltern, die Schwester meines Vaters und ich. Ein großes Haus, so ein bisschen wie die Waltons. Das waren fünf oder sechs Jahre, ich weiß gar nicht mehr genau, sechs glaube ich. Und das war eine sehr schöne Zeit, denn weil meine Großeltern habe ich in sehr liebevoller Erinnerung. Weil meine Großeltern dann auch alles sozusagen gemanagt haben. Ich sage es mal so. War die Welt damals in Ordnung. Aber sobald wir hier in Berlin waren und meine Eltern auf sich gestellt waren, miteinander auszukommen. Mein Vater hat das einmal gesagt und er hat mir gesagt, ich weiß nicht, ob ich dir das sagen sollte, aber ich möchte, dass du es weißt. Mein Vater hatte mit meiner Mutter einfach einmal Sex und beim ersten Mal war sie schwanger. So, ihr könnt euch den Rest denken. Shotgun Wedding nennt man sowas wahrscheinlich in Amerika. Also mich hätte es eigentlich gar nicht geben sollen. Obwohl mein Vater gesagt hat, er hat seine Frau in den ersten Jahren sehr geliebt. Und auch lange noch, als sie ihn nicht mehr liebte. Und er sagte, sobald ich auf der Welt war, war er für sie eigentlich nicht mehr existent. Und da drehte sich ihr ganzes emotionales Leben nur noch um mich. Und er hat das versucht immer gut zu machen, aber das war für sie nie gut genug. Nun war umgekehrt mein Vater auch sehr leicht in Unruhe zu versetzen. Und war zur Weihnachtszeit immer sehr gereizt. Ich weiß nicht warum. Da waren, wie gesagt, zwei Charaktere zusammen, die nie hätten zusammenkommen dürfen. Das habe ich mit meiner Schwester oft gesagt. Die sitzt übrigens heute im Friedrichstadtpalast. Sie, ihr Mann, ihre drei Kinder sind ja alle durchgeimpft. Meine Mutter hat mir gerade erzählt, ich hatte sie gerade kurz ja zu Besuch, zum Advent, hat mir erzählt, selbst die Durchgeimpften im Friedrichpalast müssen nochmal sich testen lassen. Wollen wir ja wissen, dass es trotzdem Superspreader-Events sein können. Denn diese ganzen Tests sind ja genauso halbgar wie die Impfung. Aber ich habe es schon mehreren gesagt, am Ende beschließt Gott, wann wir starben und nicht Menschenklugheit. Wobei es für einen der immer noch 50, ich weiß, manche machen ja schon Scherze darüber. Aber es ist am 16. Februar nächsten Jahres soweit, damit ihr Bescheid wisst. Und ich glaube, ich erzähle euch hier Muckefuck. Mein Vater war dann in den letzten Jahren seines Lebens schlecht. Es ist ein bisschen eine Altersfrage. Ich kenne es auch von anderen Leuten, die so in dem Alter sind. Geburtstage und Weihnachten nehmen ja an Bedeutung emotional ab. Das ist einfach so. Jedenfalls, wenn man alleine lebt. Und allein zu sein hat die Vorstellung, mal allein zu sein. Ich war nie einer, nee, als ich jung war, als ich unter 20 war. Wann hat sich das geändert? Es hat sich durch einen großen Zufall geändert. Denn da an der Uni habe ich meinen damaligen Mann kennengelernt. Und ich weiß, man konnte als Schwuler damals nicht heiraten. Aber wir waren beides Heiden und haben eine Zeremonie durchmacht. Ich trage gerade noch immer meinen Ehering von ihm an der Hand, den ich oft nicht mehr trage, um ihn zu schonen. Denn er ist kein gewöhnlicher. Mit grünem Malachit eingelegt. Wir hatten einen. Beide. Seinen habe ich nicht. Denn als er starb, Autounfall, haben seine Eltern mich verflucht ins Gesicht. Und mir gesagt, ich hätte ihn zum Schwulsein verführt. Und es sei Gottes Strafe, dass er jetzt tot ist. Deswegen habe ich von ihm nichts mehr. Morgen wäre sein Geburtstag gewesen. Am 20.12. Ein Jahr älter als ich ist er gewesen. Also Jahrgang 70. Damals habe ich gelernt, dass ich mit einem Menschen leben würde. Denn davor war ich ein Hage stolz und wollte nur für mich sein. Jetzt sitze ich hier mit einem Martini. Denn das war unser gemeinsames Lieblingsgetränk. Wir tranken ja nicht oft. Aber gerade zu den Weihnachtsfeiertagen. Rosso übrigens. Wir haben oft gesungen. Auch wenn wir beide nicht besonders gut singen konnten. Und obwohl wir beide heidend gewesen sind, klassische christliche Weihnachtslieder. Denn heidnische Weihnachtslieder gibt es ja keine. Obwohl ich drei geschrieben habe. In den letzten Jahren. Also römisch-heidnische. Basierend auf englischen Weihnachtsliedern. Ich kann ja nicht komponieren. Ich habe nur einfach heidnische Texte dazu geschrieben. Nun hatte ich mir also vorgenommen, denn meine Mutter lebt ja auch allein. Ich mache ihr eine Freude. Und am vierten Advent, ich lade sie ein. Ich war einkaufen gestern. Sechs verschiedene Getränke habe ich gekauft für jeden Fall. Zwei Säfte, zwei Wasser, ein Kaffee und wie gesagt den Martini. Verschiedene Art Süßigkeiten, Salzgebäck. Sie kam dann hier an, setzte sich hier hin und zog ihre Jacke einfach nicht aus. Mit dem Schlüssel in der Hand saß sie dann hier. Dann nach drei Minuten fiel ihr ein. Oh, ich habe irgendwas in den Müll weggeschmissen, was ich dir geben wollte. Ich sagte, es ist egal. Sitze einfach hier, ziehe doch deine Jacke aus. Lass uns einfach bequem hier gemütlich sitzen. Nee, nee, nee. Dann rannte sie wieder raus mit Taschenlampe und wühlte im Müll und brachte mir irgendeine Packung Brot. Dann hatte ich lange was ausgesucht an Weihnachtsmusik, was nicht so... Ich bin ja kein Weihnachtsmusik-Fan, weil wenn man sich gerade unterhalten will und mit Leuten zusammensieht, so dieses... Die sind einige ja auch schön, aber ich habe extra lange gesucht nach so einer leichten Jazz-versetzten Weihnachtsmusik. Also klassische Weihnachtslieder, die so oft Jazz war, weil sie ruhig gespielt wurden. Die Musik hat ihr gleich nicht gefallen, als ich sagte, ich kann auch eine andere... Nee, wenn du sie willst, dann mach sie an. So, dann ist man schon ganz erheitert in dem Tonfall. Ja, mein Kaffee, den wollte sie nicht, sagt sie. Ja, na, den trinke ich nicht. Eine Idee, danke. Nein, auch den Saft nicht und auch den nicht und nee und Wasser und ach und nein, den Martini sowieso nicht. Also nichts, was ich hatte, wollte sie trinken. Sie saß ja immer noch wieder, als sie rauskamen, nachdem sie 15 Minuten im Müll gekramt hat und mir irgendein Brot, das sie gekauft hat, rausgekramt hat, den ich gleich weggeschmissen habe. 15 Minuten saß sie dann hier nervös in Jacke mit dem Schlüssel und der Handtasche in der Hand wie bei jemand Fremdem. Dann habe ich gesagt, willst du was essen? Hier, ich habe verschiedene Schokoladen, Weihnachtsgebäck, salziges. Nee, ich habe gerade gegessen. Sie wusste ja, dass ich sie, also sie hat sich erst mal voll gegessen, bevor sie zu jemandem vorbeikommt, damit sie auch ja nichts dort essen muss. Dann erzählst du mir von Corona, von Cum-Ex, ich weiß nicht von noch was allen. Also nur von furchtbaren Dingen. Dann sage ich, oh, ich mache mir jetzt einen Kaffee, überlege dir doch noch, ob du was willst. Jetzt, ich komme gerade aus der Küche mit dem Kaffee, da ist sie schon in Jacke, die sie ja die ganze Zeit hatte, an der Tür und sagt, ja, ich gehe jetzt wieder. Ich weiß nicht, wer diese Frau ist. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, sie hat mich biologisch zur Welt gebracht. Und ich erinnere mich auch an sie, an eine Person, die mal in diesem Körper gelebt hat, die ich als Mutter empfunden habe. Aber wer immer in diesem Körper heute haust, ist eine mir völlig fremde Person. Ich habe gedacht, in den 15 Minuten, in denen mir auch nichts einfiel, was ich ihr sagen könnte. Denn die Wahrheit ist, alles, wovon ich überzeugt bin, lehnt sie ja ab. Als sie dann lang und breit von Covid erzählt hat, habe ich ihr kurz erzählt, weil es mir dann doch ein bisschen, obwohl ich wollte ja nichts sagen, sage ich, Malu Dreyer hat gesagt, wer nicht geimpft ist, und sie weiß ja, dass ich es nicht bin und dass ich dagegen bin und warum, der soll kein Weihnachten feiern, hat sie gesagt. Das hat sie nie gesagt. So, als ob ich lüge oder mir sowas ausdenke. Ich sage, sie hat es vor der Kamera gesagt. Nein, das kann nicht sein. Dann habe ich extra gesagt, okay, gut, eigentlich wollten wir hier vierten Advent, aber gut, bitte. Dann verbringe ich die Zeit auf YouTube, auf Twitter habe ich dann, da war eine kurze Verlink. Ja, die muss ja da getrunken haben oder so. Ich sage, in der Richtung haben sich auch schon viele andere Politiker geäußert und der Gesichtsausdruck. Als ob ich irre bin oder, 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 oder. Naja. Wie sie da so saß, habe ich gedacht, ich fühle mich, wenn ich alleine in meiner Wohnung sitze, nicht so allein wie mit dieser fremden Person, von der ich keine Ahnung habe, wer da sitzt. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass jemals jemand bei mir in meiner Wohnung gut hier oder als ich mit meinem Vater gewohnt habe, in unserer Wohnung jemals zu Besuch war und sich so unwohl fühlte. Weiß ich nicht, als ob man Angst hätte, gleich wegzurennen vor Hannibal Lector. Oder Lecter, ich weiß es nicht. Aber es sind ja auch die Zeiten, in denen den Leuten das gesagt wird. Vorhin habe ich, ich habe, ich verfolge die Dinge, ja. Ich bin ja suchti, muss ich sagen. Was soll ich auch anderes tun? Ich bin Soziologe, ich bin Historiker, ich bin politischer Philosoph. Das sind die Dinge, von denen ich was verstehe. Es gibt noch ein paar andere, aber die teile ich mit der Welt nicht mehr. Jedenfalls, weiß ich nicht, Weihnachtsmarkt, ich weiß nicht wo, Augsburg, Aschaffenburg, irgendeiner Stadt, Deutschland, ihr trennt der Weihnachtsmarkt für Geimpfte und Ungeimpfte. Polizei, die Weihnachtsmarkt stürmt, weil an Ungeimpfte Punsch ausgeschenkt wurde. Ihr wisst, ich bin kein großer Fan von Jesus von Nazareth. Aber ich glaube, der hätte die alle erschlagen. Ich kenne ja mit Sicherheit etliche, die haben in dieser Zeit überhaupt niemand. Es ist ja so. Wohin habe ich gelesen, da schrieb eine, die in einem Pflege, die Pflegerin, glaube ich, ist sie, in einem Pflegeheim und sagt, wenn die Impfpflicht für unseren Beruf kommt, dann machen in unserem Pflegeheim alle Kündigen. Und ich hoffe, diese Superkatastrophe kommt möglichst weit. Ich weiß, es tut mir irgendwo leid um die Alten und Kranken, die dann, aber es muss, es muss kommen. Es muss der Superzusammenbruch kommen. Es muss jeder sagen, nee, ich lasse die Arbeit, ich lasse es nicht zu. Ich weiß, ich habe leicht reden. Aber ich glaube, es ist trotzdem moralisch das einzig Richtige. Der Betrieb in der Bundesrepublik muss einfach zusammenbrechen. Dass jede Feuerwehr, jeder Feuerwehr von Polizei erwarte ich nicht. Es tut mir leid. Wenn hier einzelne Polizisten sind, es gibt mir Sicherheit Gute. Aber meine Meinung im Großen und Ganzen von der Polizei sage ich hier nicht. Jeder Feuerwehrmann, jede Schwester, jeder Arzt, jeder Pfleger, alles, auch jeder Ladenbesitzer, alles, alle müssten eigentlich sagen, das machen wir nicht mit. Bis die Bundesrepublik, dass die total lahmlegt und hier nichts mehr geht. Ich sage das ganz ehrlich und offen, aber wenn ich sonst bemühe, mich diplomatisch zu sein, ich weiß, das finden jetzt manche vielleicht merkwürdig, altmodisch oder aber ich bemühe mich diplomatisch zu sein und niemand vor den Kopf zu stoßen, aber ich sage, man muss sich dem jetzt verweigern, ganz einfach. Es muss, es gibt keine andere Alternative. Ich wäre, ich wäre nicht derjenige, der jetzt jemanden moralisch anklagt, der den Zwang aus Furcht sich beugt, denn ich habe aus Furcht auch schon manches getan oder vielmehr nicht getan. Ich habe genug Sünden auf mich geladen durchs Nichthandeln aus Furcht, als dass ich, ich bin ebenso wenig ohne Sünde und kann den ersten Stein nicht werfen. Ich habe in Weisen, die ich nicht sagen kann, wahrscheinlich mehr Verfehlungen vor Gott begangen, als den meisten erklärbar ist. Aber ich weiß wohl doch, was richtig und falsch ist und sich diesem Zwang zu beugen, selbst um seines Jobs will, selbst wenn man sagt, ich habe Kinder und muss die ernähren. Ja, aber du musst deinen Kindern auch eine Welt hinterlassen, die lebenswert ist. Es lebt der Mensch nicht vom Brot allein. Wir haben ja die Worte. Oder eine andere Geschichte, die hat mir jemand letztens erzählt, ich hoffe, der ist jetzt nicht entrüstet, wenn ich es erzähle. Ich sage ja keinen Namen. Einer, der meinen Kanal hört, auch schon mehrfach gesprochen, sehr lieber Mensch, ist Arbeiter, also aus dem Arbeiterbereich, der mir länger schon zuhört und inspiriert durch meinen Kanal, weil ich habe es oft erwähnt, Plutarch, angefangen hat zu lesen, die Biografien, die Biografien, sogar die Moralia. Gerade vor Letzterem habe ich die allergrößte Hochachtung, die Biografien sind meines Erachtens noch ganz gut zu lesen, wobei ich natürlich, sagen wir mal, lesen, trainiert habe, was einer, ich weiß nicht, ob er es selber hat, weil wenn man aus einem Arbeiterhaus kommt, dann weiß ich, ist es mitunter vielleicht nicht einfach, das muss ich sagen, kann ich nicht sagen, ich sage das nur so, aber vor jedem, egal, selbst vor dem Allergebildetsten, die Moralia zu lesen, ist eine Schweineherausforderung, aus dem einfachen Grund, es gibt nur eine einzige deutsche Übersetzung von 1824 und die haben die Grammatik und Rechtschreibung von 1824 und die ist unglaublich schwer zu lesen. Und das tut er sich an und es ist so eine Goldgrube und ich habe ja in meinem Kanal oft gesagt, die zwei der großen Deutschen, Goethe und Nietzsche, haben beide gesagt, wer Plutarch nicht gelesen hat, kann nicht als wirklich gebildeter Mensch gelten. Ich habe ihn ja selber erst mit 40 gelesen, also, weil ich in meiner Schule auch von diesen Dingen nichts gelernt habe. Und der hat zwei Söhne, Alter kann ich nicht mehr genau sagen, aber ich sage jetzt mal so, der eine ungefähr 14, der andere 18, beide gehen noch zur Schule. Es ist jetzt geschätztes Alter, ich habe es nicht mehr genau im Sinn, aber die Marge müsste hinkommen. Und der erzählte, so Kanal gehört, Plutarch liest er jetzt, weil Goethe und Nietzsche haben gesagt, muss man kennen als gebildeter Mensch. Da sagen ihm seine beiden Söhne, die beide zur Oberschule gehen, wer sind Goethe und Nietzsche. Und da fällt er aus allen Wolken und sagt, das habt ihr nicht in der Schule gelernt. Wer Goethe und Nietzsche sind? Bei Nietzsche könnte ich noch sagen, gut, man sollte in der Schule gelernt haben, dass es ihn gibt und in drei Sätzen Grundvorstellungen haben, für was er gestanden ist. Aber Goethe? Ich habe von Nietzsche in der Schule auch nichts gelernt. Ich wüsste von, wenn ich es nicht von mir aus wüsste, aus der Schule, wüsste ich nicht, dass es Nietzsche gegeben hat oder dass es, es war schon zu meiner Zeit nicht mehr. Goethe kam einmal vor die Leiden des jungen Wärter und auch nur kurz angedeutet und dann kam gleich die Überleitung in eine links gedrehte Variante die neuen Leiden des jungen W. und man hat nur darauf kurz verwiesen. Ja, das basiert ja auf, was so ein Typ namens Goethe geschrieben hat. Das war's. Und dann haben wir gelesen fast jedes Buch von Franz Xaver Grötz, in dem jedes zweite Wort Scheiße und Arschloch, zweiter Satz oder dritter Satz Scheiße und Arschloch vorkam. Was mir ehrlich gesagt damals unerträglich vulgär vorkam. Ich habe ja schon als sehr viel jüngerer Mensch, was habe ich gelesen? Faust natürlich, Gedichte, Balladen. Oh, ich habe Balladen geliebt. Ich bin ja lange Jahre Pfadfinder gewesen. Und Balladen sind ja auch oft zu singen. Also konnte ich sie her sagen und her singen, aber das hat in der Schule niemanden interessiert mehr. Ich weiß noch, ich las dann in der Schule oft diese Dinge und war deswegen auch wenige trauten sich mich überhaupt anzusprechen, obwohl ich kein miese Peter war und kein ich war ja kein bulliger, muskulöser Typ, vor dem man Angst haben müsste. Aber irgendwie, wenn da einer sitzt und in der Pause Faust liest oder Konfuzius oder was ich halt so las, da hält man halt Abstand. Ich weiß noch, den Lacher hat einer mal gebracht, da habe ich gelesen, Lao Tse, die einzig wirkliche Übersetzung von Lin Yutang, chinesischer Gelehrter, die was taugt, hat damals der Fischer Verlag rausgebracht in den 80er Jahren und nie wieder neu aufgelegt. Kriegt man nur noch antiquarisch. Ich habe mir extra vor einigen Jahren noch eine zweite gebundene Ausgabe, weil die Paperback von damals schon reichlich zerflattert ist, gekauft. Finde ich ihn ziemlich deprimierend, denn das Tao Te Ching habe ich in bestimmt, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben verschiedenen Ausgaben gelesen und sie sind alle eigentlich, wenn man den Taoismus ein bisschen kennt, reichlich entstellt und die von Lin Yutang kommt denen mit weitem Abstand am nächsten ran. Was, wie gesagt, unter anderem daran liegt, dass er einerseits Chinese und natürlich selber war und andererseits auch selbst Dichter, Poet. Und ich las das in der Pause Lao Tse, weil mich die Verse schon damals erbauten und dann sagte, was liest du da? Ich halte es dann hin und sagte, wer ist denn Lao Tse? Und in so einem richtigen breiten Berliner Dialekt, wer ist denn, ich kann das gar nicht nachmachen, so Berliner Dialekt kann ich ja auch bis heute nicht so gut. Ja, mein Gut, dass man Lao Tse in der Schule nicht beigebracht bekommt, könnte ich fast noch sagen, geschenkt, aber ich habe mit langem Nachhinein in den vielen wahren Philosophen, denen, die den Menschen etwas beibringen übers Menschsein und da ist für mich Jesus ein Philosoph, kein Heiland, denn ein Heiland brauche ich nicht, aber ein Philosoph und von dem ich wie von jedem anderen Philosoph was annehme, was ich plausibel finde und das, was nicht, nicht. So. Wie von Platon oder Aristoteles oder Konfuzius oder Lao Tse und allen anderen auch. Vom einen mehr, vom anderen weniger. Und ich habe mir gerade in den letzten 15, 20 Jahren, wo ich sehr viel auch wieder dann neu gelesen habe und langsam und allmählich, wenn man es über, wann habe ich denn angefangen, so mit 12, 13 habe ich die ersten geistigen Bücher gelesen und dann so mit 14 Schopenhauer, Lao Tse, Nietzsche und Konfuzius, das waren meine ersten vier. Und auch wenn ich nicht mal die Hälfte verstand. Ich wusste, als ich die aufschlug mit 14, das ist meine Familie. Mit diesen Leuten bin ich verwandt. Mit diesen Leuten komme ich aus einer Welt. und der Rest der Welt waren für mich Fremde. Nicht, dass ich die damals dafür gehasst hätte. Ich hatte nur mit den meisten, es gab dann eine Handvoll, die waren neugierig und wohlwollend genug, dass sie sich anhörten, was ich zu sagen habe. Was liest du denn da? Erzähl doch mal ein bisschen was. Aha, okay, interessant. Es gab nicht nur schlechte. Aber interessiert war natürlich trotzdem auch keiner. Der Einzige, mit dem ich mich darüber unterhalten konnte, als ich dann in der Oberstufe war, ich weiß nicht, wie das in anderen Bundesländern geregelt ist, das heißt, Klasse 11 bis 13 war das damals, war ein arztkonservativer Katholik, der in fast allem eine völlig andere Meinung hatte wie ich, denn ich war ja damals schon Heide, auch offen schwul und trotzdem, wir waren beides Außenseiter und saßen oft zusammen. Wir haben beide gelegentlich mal geraucht, Pfeife. Damals durfte man ja noch in Raucherecken rauchen und haben uns dann in der Freistunde oft in der Raucherecke eine Pfeife angezündet und über buchstäblich Gott und die Welt gesprochen. Ja, darum habe ich immer, darum hatte ich vor Leuten immer Respekt, die eine ganz andere Meinung hatten, wenn sie denn wenigstens nachdachten. Ich bin ja protestantisch aufgewachsen und halte vom katholischen nicht viel, aber ich habe einen Heiden Respekt, wenn mir dieses Wortspiel verzehen sei, vor wirklich tiefsinnigen Katholiken, wenn sie mich nicht bekehren wollen und nicht als Heiden mich als Satans Anhänger verfluchen, aber mit normalen Katholiken beispielsweise, wo ich ja sonst intellektuell eigentlich in vielen Meilen fernstünde oder auch in anderen Bereichen Leute, die über ihre Sache wirklich nachdenken, selbst wenn sie mir Meilen fernweit sind, wenn sie Menschen von Seele und Geist sind, waren mir immer näher als tausend Leute, die vielleicht meine Meinung in einigen oder vielen Dingen geteilt haben, aber wo nichts dahinter gewesen ist. Ich habe manchmal gesagt, lieber diniere ich mit einem würdigen Feind als einem Würdelosen, der meine Ansichten teilt. Mit dem, ich hatte da noch einen anderen Bekannten, mit dem habe ich das Interesse des Okkulten geteilt, der war okkult interessiert wie ich, aber der war Neonazi. Die beiden kannten sich übrigens nicht, also das war keine Kreuzverbindung von uns dreien, das war ich und der eine und ich und der andere. Und wir wussten alle in einer Welt, in der ich, er oder der andere das sagen hätten, hätten wir uns wahrscheinlich nicht sehr wohl getan. trotzdem war zwischen uns ein großer Respekt. Und komischerweise habe ich jedenfalls in der Zeit, darum ist meine Moral auch eine, die ich, wo ich mit der heutigen Moral nicht mehr klarkomme. und wie oft habe ich das stattdessen Freunde gehabt oder geglaubte. Von manchen habe ich erst nach Jahren erfahren, was die über mich gelästert haben, jedes Mal, wenn ich nicht da war. Eine in der Heidenszene, die ich 10, 12 Jahre für einen meiner besten Freunde hielt und hinterher ist mir dann von mehreren zugetragen worden, als ich schon lange nichts mehr mit dem zu tun hatte, aus vielen Gründen. Weißt du eigentlich, dass der jedes Mal die ganze Zeit, wenn du nicht da warst, sich über dich lustig gemacht hat? Mit meinen Feinden habe ich eigentlich immer bessere Erfahrungen gemacht, jedenfalls lange Zeit, als mit Freunden. Denn da wusste man, woran man war. Man konnte sich zusammensitzen, eine Rauchern, ein Bier trinken, die Schule schwänzen, obwohl man wusste, wenn es Knopf auf Spitz käme, wären wir in gegnerischen Lagern gewesen. Denn damals war ich ja auch sehr linksliberal. Mehr als heute. ein redlicher Feind ist mir daher heute mehr wert als tausend falsche Freunde. Und nur wer das Vergnügen und die Ehre gehabt hat, einen redlichen Feind gehabt zu haben, der weiß, was man daran hat. Auch eine Lernerfahrung, die man sonst, wenn man nur von Ja-Sagern umgeben ist oder von Leuten, die sagen, ach, du bist der Allerliebste und kaum dass man sich wegdreht, ihr Maul sich zerreißen. Von Plutarch ist der Satz überliefert. Ich weiß nicht, ob er von ihm selbst ist oder ihn zitierend sagt. Ich glaube, er ist ursprünglich von Pythagoras, aber bei Plutarch kommt der auf. Ich kann keine Leute brauchen, die nicken, wenn ich nicke und Ja sagen, wenn ich Ja sage. Mein Schatten macht das besser. Drum war mir auch dieses Guru-Wesen immer zuwider. Ich weiß, ich kennt einer von euch diesen Typ Sat-Guru. Am Anfang, als ich den das erste Mal sah, war ich ganz angetan, aber je länger ich dem zuhörte, umso mehr widerte mich der Typ an. Ich sage es ganz ehrlich, ich weiß, es gibt Leute, die ihn heute noch Verweise halten. Gute Freunde auch, aber ich habe einen richtigen Abscheu davor. Es ist diese inszenierte Heiligkeit, die mir nicht passt und die auch gefährlich ist. Ich sage es wie es ist, weiß ich nicht, wie ich glaube. Es gibt keine Heiligen. Jeder Mensch hat Schwächen. Es gibt, ich weiß nicht, welcher Psychologe das gesagt hat, aber ich halte es für wahr. Es gibt keine Menschen ohne perverse sexuelle Gelüste, die gibt es nicht. Punkt. Nur um nochmal so ein ganz doofes Beispiel zu bringen. Das muss man ja nicht erzählen, das ist ja nicht der Punkt. Aber wer das mal erlebt hat, diesen Sat Guru, der sitzt immer da, als ob er gleich auf Wolke sieben schwebt und weg ist. Ich meine, ich weiß, wenn man eine bestimmte Aufgabe hat, erfüllt man eine Rolle und dann kann man nicht, weiß ich nicht, ich nehme mal ein Beispiel. Als ich interviewt wurde, letztens erst zum Thema Dystopie Utopie, dann spreche ich natürlich anders, in einer bestimmten Rolle. Ich spreche als Soziologe und Historiker und bin mir bewusst, ich werde jetzt hier befragt in einer bestimmten Rolle. Ich werde hier nicht befragt als Privatperson, sondern in meiner Eigenschaft als Sozialwissenschaftler. Also spreche ich und trete auf wie ein solcher. Man hat ja Rollen. George Herbert Mead heißt er glaube ich, von dem das ist dieses Buch Wir alle spielen Theater. Also wir alle haben Masken auf, weiß ich nicht. Der Familienvater ist zu seiner Frau so und so, zu seinen Kindern so und so, bei seinem Chef so und so, bei seinen Angestellten anders. Wir haben also alle bestimmte Rollen, das ist in der gewissen Weise ja normal. Ich warf also einem spirituellen Menschen nicht vor, dass trägt. Aber man kann es nicht übertreiben. Man kann, wenn man spiritueller Lehrer ist, nicht so tun, als sei man der perfekte Mensch. Und immer in dieser gespielten, wie Drogen erfüllten Dauergelassenheit. Sondern auch der spirituell Erleuchteste rastet mal aus, haut auf den Tisch und ist mal außer sich und egal wie viel gerade von Erleuchtung und Meditation man hat. Und ich muss es wissen, denn ich habe sehr, 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 sehr lange sehr, 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 sehr viel gemacht. Ich bin berufen, darüber zu urteilen. Eine Dauererleuchtung, die man immer hat und aus der man nie aus dem Gleichgewicht gebracht werden kann, die gibt es nicht. Punkt. Und wer was anderes erzählt, den halte ich für einen Scharlatan. Schüler sehnen sich natürlich danach, den Guru oder Meister zu haben, der perfekt ist. Sie wollen auch nur die guten Seiten sehen, sie wollen nicht sehen. Ich habe mich ja immer früh schon so menschlich gezeigt und aus meinen eigenen Schwächen nicht hilts gemacht. Und das war für viele, die zu mir gekommen sind, total verstörend, weil die nur spirituelle Bücher und Lehrer gewohnt gewesen sind, in denen die, die da ihre Bücher geschrieben haben oder ihre Seminare abgehalten haben, die Ausstrahlung hatten von einer erleuchteten Dauerfriedlichkeit, als ob sie dauernd mit dem Nirvana eins enden. Und das ist Fakerei. Es tut mir leid, wenn ich das sagen muss, sowas gibt es nicht. In dieser Welt haben wir viele Seiten. Wie gesagt, es ist normal, wenn ich als Akademiker interviewt werde, dann spreche ich natürlich in einer etwas akademischeren Weise, dann gehe ich in eine Rolle, weil das in diesem Moment von mir erwartet wird. Das ist berechtigt. Wenn ich einen Schüler vor mir habe, der von mir über Spiritualität, Meditation, was weiß ich, schamanistische Rituale, dann erzähle ich dem auch nicht dauernd von meinen persönlichen Physimatenten, das ist ja klar. Denn ich will, dass der Selbstvertrauen erlangt. So wie wenn ich Lehrer in der Schule bin, dann erzähle ich den Schülern auch nicht gerade von meinem privaten Ehekrach oder was weiß ich, es ist klar. Aber gerade wenn man Leute spirituell oder philosophisch unterweist, dann unterweist man ja nicht nur Sachwissen, wie wenn ich jetzt über Soziologie referiere oder über Mathematik lehren würde, sondern ich lehre als Philosoph oder als spiritueller Mensch, wie man ein guter Mensch ist oder ein gutes Leben führt. Und auch wenn ich dann selbst auch dann immer noch zu einem Gewissen gerade verpflichtet bin, einen gewissen Schein aufrecht zu erhalten, dass der Schüler ermutigt wird, kommt der Punkt, an dem ich redlich sein muss. Und so Leute wie Satguru, die auftreten und in jeder gefilmten Minute erscheinen, als ob sie in heiliger Trance sind, sind einfach Faker, weil so ist auch die höchste Art von spiritueller Pfad macht einen zu keinem solchen Menschen. Mein Gott, der Martini macht mich daran erinnern, wie sehr ich es verabscheue, Single zu sein. Da bin ich immer konservativ gewesen. In meiner Vorstellung, was ich wollte. Ich weiß, die meisten Wagen das merkwürdig finden. Ich wäre ja am liebsten Hausmann gewesen. Männe geht arbeiten, ich kümmere mich um Haus, den Hund und die beiden Kinder. und Männe kommt nach Hause und ich habe gekocht und wir sitzen glücklich zusammen bis an unser selig Ende. Aber dann hätte es auch keinen Empa Caligula Kanal gegeben. Insofern hat Gott mich zwar gepeischt und gezüchtigt, aber er hat es wohl mit Sinn getan und ich muss hinnehmen, was das harte Los ist, das er mir geschaffen hat. Denn sonst wäre einer weniger da, der spricht. Das erinnert mich an eine Geschichte von Zenon, dem Begründer des Doizismus. Zenon war nämlich vorher Kaufmann und er besaß ein Schiff und damit machte er nicht wenig Geld und fuhr hin und her und als sein Schiff mit all seinem Besitz Schiffbruch erlitt und er alles verlor und mit Mühe und Not als Einziger am Strand lebend ankam, sank er auf die Knie und betete zu Athene der Götte der Weisheit und sagte Danke Göttin der Weisheit du ziehst mir den Mantel des Philosophen über. Dankbarkeit zu Gott oder der Gottheit oder den Göttern selbst im Angesicht des Schreckens denn es führt uns auf den Pfad der uns bestimmt ist und den wir von Gott beauftragt erfüllen müssen. Sei er auch die äußerste Einsamkeit und der größte Schrecken Wenn es Vater im Himmel dein Beschluss ist so nehme ich es hin Mir hat das Buch Hiob immer sehr beeindruckt denn seine Freunde die zu ihm kommen und ihm beschissenen Rat geben die werden ja von Gott am Schluss verurteilt und gesagt ihr redet nur Dreck Hiob aber als er erfährt dass ihm alles genommen ist Familie Besitz und alles was er hatte Hiob der fromme Mann der so fromm war dass er noch vor die anderen mitbetete Herr wenn sie Verfehlungen gemacht haben vergib ihnen und dem alles genommen wird er schert sein Haar ab tut Asche auf sein Haupt zerreißt sein Kleid wirft sich in den Staub und sagt nackt bin ich gekommen aus meiner Mutter Schoß nackt fahre ich wieder dahin der Herr hat's gegeben der Herr hat's genommen und der Name des Herrn sei gepriesen und in all diesem sündigte Hiob nicht Oh nicht dass ich nicht mit der Gottheit und den Göttern gehadert hätte in Krieg wie es noch in der Bibel heißt verschlingen natürlich ist die Stimme Gottes ihm auch im Walfischbauch nicht erspart geblieben und daher kommt dieses seiner Berufung fliehen aber zu wissen man kann ihr nicht entfliehen denn das Göttliche erreicht dich überall es gibt eine Fabel Gott weiß von wem ich weiß es nicht mehr ein Mann erfährt durch irgendwelche Umstände ich kenne die Geschichte leider nur noch vage dass der Tod auf dem Weg sei ihn abzuholen und so reitet er als ob der Teufel hinter ihm her wäre oder in diesem Fall der Tod aus seiner Stadt hinaus in eine andere Stadt und dort begegnet er dem Tod und der Tod sagt merkwürdig dass ich dich hier treffe denn ich krieg die Parabel nicht mehr gut hin er ist also auf dem Versuch seinem Schicksal zu entkommen seinem Schicksal in die Arme gelaufen aus der wunderschönen Nickelodeon Serie Avatar The Last Airbender Avatar ich weiß nicht wie sie in Deutsch heißt ich gucke ja so Sachen nicht in Deutsch sagt Onkel Iroh eine der wirklich schönsten Figuren der Cartoon Geschichte manch einer nee Moment mal ich verwechsel das es ist nicht obwohl es glaube ich Onkel Iroh auch sagt aber es sagt Oogway auch eine sehr schöne Figur die mit Onkel Iroh viel gemeinsam hat Oogway die Schildkröte aus Kung Fu Panda einen wirklich wunderschönen Film jedenfalls der erste sagt manch einer begegnet seinem Schicksal auf dem Weg ihm versuchen zu entkommen und so genau so ist es das ist das ich glaube es ich glaube es ich glaube es ich glaube viele unserer Politiker wenn sie jetzt Corona bekämpfen oder Flüchtlinge reinlassen ja ich weiß die gängige Theorie ist ja die erfüllen die Agenda von ja ich weiß nicht wem aber ich glaube viele von denen glauben tatsächlich sie tun da das Richtige das Gute nehmen wir mal Joschka Fischer zum Beispiel der hat immer gesagt ja die bösen die bösen Deutschen die muss man möglichst vermischen mit anderen ich paraphrasier das jetzt und ich glaube der glaubt das auch und der glaubt wirklich es wird alles gut wenn wir in Europa hier alles vermischen mit Arabern mit ich weiß nicht Asiaten gibt es interessanterweise nicht so viele die sind wahrscheinlich schlau genug um zu wissen dass das eine scheiß Idee ist nach Europa zu kommen und jetzt bei den Corona Maßnahmen ich bin mir ziemlich sicher so eine Frau wie die Malu Dreyer oder so ein Mann wie der Winfried Kretschmann der uns als Pestgeier bezeichnet hat 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 mir meine Mutter auch nicht geglaubt als ich gesagt habe ja ich lüge ja ich habe wahrlichen Gottes viele Sünden auf mich gelegt aber wenn ich in eine Tugend mehr verliebt bin mehr Hochachtung habe mehr Ehre als jede andere Tugend dann seien alle zwölf Götter mein Zeuge dann ist es Wahrhaftigkeit nicht Wahrheit denn die Wahrheit habe ich nicht gebracht die besitze ich so wenig wie jeder andere aber Wahrhaftigkeit jeder einzelne Mensch kann sich darauf verlassen dass ich das was ich sage meine what you see is what you get get ist so ein amerikanischer slogan visivik oder so what you see is what you get was du siehst ist was du hast was du kriegst mag ich vollkommen oder unvollkommen gut oder schlecht weise oder toa sein oder 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 nichts davon ich bin ich bin die redliche packung ich bin bei mir ist drin was drauf steht und das ist das einzige oder eines von ganz ganz wenigen dingen oder ich sage mal vielleicht von charaktereigenschaften das einzige auf das ich mir zumindest ein bisschen was einbilde dass ich sage wer mir begegnet der weiß mit wem was zu tun kann man gehen dann kann man bleiben aber was bei mir draufsteht ist bei mir drin ich weiß es ist sehr viel leichter zynisch zu sein und sich über alles lustig zu machen oder alles zu hassen ich kenne auf unserer Seite sehr viele die so sind ich kenne auf der Gegenseite sehr viele die so sind für die ist hier alles und jedes ein witz zynisch böse ich sage euch ganz ehrlich was ich sehe so verkitscht so merkwürdig wie es klingt wenn ich die heutige menschheit mir ansehe bei allem schlimmen das angerichtet wird und über das ich klage mich ärgere und das schrecklich ist ich sage es euch ganz ehrlich wie ich sehe 90% aller menschen die heute leben sind verängstigte kleine kinder und die schlagen um sich weil sie eine scheiß angst haben und jeder glaubt jeder ist hinter ihnen her und dann wird es eine self fulfilling prophecy also die selbsterfüllende prophezeiung die linken glauben die rechten sind hinter ihnen her und alle die nicht ihrer meinung sind böse rechte und wollen sie weiß ich nicht mit ihnen das glauben die und dann haben sie was angefangen ich glaube sie haben es angefangen das ist meine überzeugung ich weiß ich bin da parteiisch ich gebe es zu wie gesagt what you see is what you get und irgendwann hat die andere seite die im weitesten sinne rechte ich weiß rechts ist ja heute wir stellen uns ja rechts vor rechts ist genauso ein breites spektrum von mitte bis ganz rechts wie links auch vom einfachen alten sozialdemokraten alten schnitt bis zum stalinisten ist alles drin das ist rechts genauso so und jede seite die rechte ich eher als reaktion denn die linke denn die linken im kompletten spektrum wie gesagt die sitzen ja heute an der macht das ist die größte unredlichkeit die ich ihnen vor war dass sie so tun als ob sie die opposition wären die rebellion dabei sitzen sie schon lange am drücker in welchen fernsehaufsichtsräten in welchen der großen zeitungen vom parlament fange ich gar nicht erst an zu reden ganz ehrlich die AfD ist eine ist eine Mitte Partei und alle die jetzt links sind und das vor Unsinn halten denen kann ich zum 150.000 mal nur eines sagen hört euch mal reden von der CDU an aus dem Jahr 1985 nur so willkürlich als Beispiel genannt irgendjewelche also einfach mal von 20 30 CDU Politikern reden zu allgemeinen gesellschaftlichen Themen aus dem Jahr 1985 Statements über Arbeiter über Ehe und Familie über Homosexualität über ich weiß nicht alles an linken Themen und ihr werdet feststellen in allen diesen Themen standen alle CDU Politiker rechts weit rechts von allem was heute aus der AfD kommt wenn die heute AfD also eine Nazi Partei ist und in der Zeit hat die CDU den Bundeskanzler gestellt dann hätte die Bundesrepublik der 80er Jahre ein neofaschistisches oder neonationalsozialistisches Regime sein müssen und es tut mir leid ich weigere mich das so zu sehen und ich habe nie Kohl gewählt ich habe immer gegen Kohl argumentiert damals weiß nicht ob ich es heute noch würde ich bin heute nicht zum Kohl Fan mutiert ich kann heute registrieren es war nicht die schlechteste Zeit dabei will ich es einfach belassen aber alles was man von AfD Politikern hört jedenfalls ich will sagen ich will euch eine Brücke bauen ja selbst Leuten die ganz links stehen ich baue allen eine Brücke wenn es hilft wenn es uns heilt dann baue ich der Antifa eine Brücke weil ich glaube an Versöhnung ich glaube dass wir Hass hinter uns lassen müssen und spaltern das glaube ich in ganz kitschiger Weise und in dieser Zeit mehr als denn je sorry wenn das jetzt Leute im eigenen Lager irritiert Platon Phaedros Sokrates Dialog mit seinem geliebten Phaedros alle menschlichen Seelen lebten gemeinsam an der Seite der Götter und sind Abkunft des Himmels und gemeinsam Brüder Water Margin die Geschichte vom Wasserrad die große Rebellion gegen das korrupte alte China anderer Kulturkreis Untertitel des Buchs Alle Menschen sind Brüder Sokrates vor seiner Hinrichtung Ich bin ein Bürger der Welt Ich weiß wir haben alle unsere regionalen Kulturen das ist gut das ist richtig ich bin ein Befürworter des Nationalstaats ich mache daraus nicht ein Geheimnis es ist mir auch nicht peinlich aber trotzdem in einer höheren spirituellen Weise sind wir alle göttlicher Abkunft alle alle ohne Ausnahme und so weine ich um jeden welche schlimme Verirrung er auch begangen hat denn der große Schaden den er nimmt der größte Schaden den er anrichtet ist seine Seele in die Finsternis zu werfen und was nicht heißt dass ich nicht das Opfer betraue im Gottes Willen ich weiß es passiert ja oft dass Leute das Opfer ignorieren und nur die Täter betrauern das ist niederträchtig und falsch das meine ich gar nicht Alistair Crowley mein großer Mentor der ja zu Unrecht als böser Satanist oh was wurde diesem Mann Unrecht getan hat mal gesagt er sieht seine Aufgabe als spiritueller Lehrer so er kann eben nicht aufhören bis er nicht die letzte Seele gerettet hat er kann es nicht akzeptieren dass es noch einen gibt der nicht aus der Dunkelheit befreit ist und er von dem ich so viel gelernt habe und Gutes nicht satanistisch niederträchtiges er hat sich als Clown als Poseur in einer puritanisch engsternigen dunklen Zeit in der Rolle des Clowns oft gefallen und die Leute provoziert was meine Art nicht ist und er hatte persönliche Schwächen weiß Gott aber wer ohne Makel ist der werfe den ersten Stein ich erinnere mich noch an eine Diskussion da haben Inder über Gandhi diskutiert nun bin ich kein Gandhi Experte ich habe vor vielen Jahren meine Gandhi Biografie gelesen aber ich habe sie nur noch dunklen Erinnerungen viele dieser Inder haben Gandhi schwere Vorwürfe gemacht was er alles falsch gemacht hat ich weiß es nicht mehr was es war und ich bin mir sicher diese Vorwürfe waren alle war ich glaube dass dem so war aber es war eben auch kein anderer da weil offensichtlich alle anderen Inder lieber zu Hause sitzen und sagten ich möchte von der indischen knute befreit werden aber sollst bitte jemand anders machen wir kriegen selten die Heilande die wir wollen aber stets die die wir verdienen meistens sind Leute die etwas in der Weltgeschichte bewegt haben nicht die die immer schon die Macht gewollt haben jedenfalls die die etwas zum besseren bewegt haben sondern die die schließlich sagten gut ich mach's jetzt weil es macht ja doch kein anderer war deswegen fällt es mir schwer Leute zu verdammen selbst wenn sie in diesem Weg scheiße gebaut haben und Niedertracht gegen andere gegen Gott wollte er Krieg erklären und erklärte sich selbst als Satan der Gottes Lage vernichten wollte eigener Tonfall aber die Lage der Arbeiter denn das war ja der Wandel im 19 Jahrhundert von den Leuten die mehr oder weniger selbstständig ihr Leben fristeten plötzlich waren die Massen der Menschen abhängig Beschäftigte in entsetzlichsten Lebensumständen den Fürsten war das egal den Fabrik Besitzern und Milliardären und Millionären war das Wurst den bürgerlichen Liberalen aus den Großstädten war das Leiden eines Minenarbeiter Kindes auch scheißegal das ist die Wahrheit also das Maul aufgemacht gegen das was furchtbar war hat eben keiner und dann hat die Welt genau die Art von Typ gekriegt die sie eben verdient hatte Marx denn der gesamte Rest hat gegen dieses schreiende Unrecht und wer sich einmal damit beschäftigt hat was Kinderarbeit in Minenschächten bedeutet hat weiß was das für ein schreiendes Unrecht war dann hat die Menschheit das Arschloch gekriegt das sie verdient hat Karl Marx von Gott geschickt zur Strafe über die Menschen für ihre Sünde oder nehmen wir harmlosere Beispiele Martin Loser King Junior der große Prediger so eine Frau soll er betrogen haben was weiß ich wie viel davon ist von irgendwelchen Rassisten erfunden um ihn niederzumachen wie viel davon ist wahr Gott allein weiß es aber wir wissen dass er viel Gutes gepredigt und getan hat mit allen Schwächen und Charakter Fehlern die er gehabt hat während der Rest sich eben nicht in die vorderste Front stellen wollte das ist was mir manchmal in ganz kleinem und da stehe der herr vor dass ich mich mit diesen leuten vergleiche ich nichts ich wurm ich unfähiger ich sünder aber wenn mir leute die nicht ein einziges video gemacht haben nicht ein einziges mal ihre stimme ihr gesicht hingehalten haben scheiße erzählen über was ich sage über meinen Kanal ich nehme ernst kritik immer ernst wenn sie sachlich ist aber wenn mir leute scheiße erzählen und dann gucke ich wer ist denn das was guckt dann auf deren kanal leer null videos dann sage ich stell dich mal hin mach das mal mach mal ein video von einer halben stunde oder einer stunde wo du frei redest über ein Thema das dir am herzen liegt und halt dein Gesicht und deine Fresse hin und dann sieh zu dann hast du ein recht mich zu kritisieren vorher nicht und das mag wie gesagt ich der aller geringste wenn es eine großen Charakterproblem meines Charakters gibt ein Charakterproblem meines Charakters gibt dann ist es mein Selbsthass meine Selbstgeißelung und das kann ich euch sagen ihr die mich kritisiert und die ihr mich hasst keiner von euch kann mich so kritisieren keiner von euch kann mich so hassen wie ich mich selbst das könnt ihr gar nicht und weil das so ist ist keiner von euch mein Richter sondern der Herr allein ich weiß dass das nicht gesund ist und auch nicht vernünftig und auch nicht mit der Realität übereinstimmt aber lieber bin ich im Übermaß der Selbstkritik als im Übermaß des Selbstlobs und der Selbstpreisung von der diese Welt stinkt von der diese Welt stinkt von Drosten über Merkel die ganze Liste hindurch bis hin zum Sat Guru sie sind die Perfekten die Allwissenden die tollen die Übermenschen deswegen schätze ich Sokrates so groß was hat er gesagt ich bin der weiseste aller menschen denn alle behaupten etwas zu wissen obwohl sie nichts wissen ich aber bin der einzige der weiß dass ich nichts weiß nun bin bin ich auch nicht so groß und so bescheiden wie der große Sokrates aber umgeben in einer Zeit in der es einem überall entgegenschallt was die Leute alles Bescheid wissen glaube ich ist es das schlechteste nicht und vielleicht besser im Übermaß selbstkritisch zu sein als dieser Ozean von selbst überheblichen Leuten die alle Bescheid wissen selbst im Kleinen die ganzen wie heißt dieser Typ der Gott der mit dem Kinnbart vom IFO Institut Sorry ich habe schon ein bisschen viel Martini mittlerweile Wie oft hat er den Zusammenbruch des Euros vorhergesagt in den letzten 15 Jahren oder Dirk Müller genauso Wie oft hat er den Zusammenbruch des Euro in den letzten 10 15 Jahren vorhergesagt das vorherzusagen das ist ein Geschäftsmodell Ich weiß nicht vielleicht hat er auch Investitionen die jedes Mal astronomische steigen Hans-Werner Sinn vielleicht haben die auch Investitionen in irgendwelche Fonds es gibt ja dort Hexensabbate dieser ganze Geldkapitalismus ist ja ein einziger Hexensabbat ich weiß nicht ob die Alternative nicht vielleicht schlimmer ist deswegen will ich nicht sagen schafft es ab denn ich verstehe davon nichts wie gesagt Sokrates ich weiß dass ich es nicht weiß ich glaube aber auch ihr wisst es alle nicht die ihr alle sagt ihr wisst das perfekte Geld System ja sorry kam gerade meine Pizza deswegen nicht mehr viel dass Leute nicht zugeben können sie wissen es nicht genau ich glaube das ist das große Problem unserer Zeit oder vielleicht der Menschheit überhaupt einfach sagen ich weiß es mit letzter Sicherheit nicht ich bin fehlbar wie jeder andere Mensch auch aber es hat auch eine Kehrseite und ich habe die kennengelernt als spiritueller Lehrer und als Lehrer anderer Dinge jeder Politiker der heute sagen würde er weiß es mit letzter Sicherheit nicht den würde das Volk nie wieder wählen also sind wir wieder genau dem Punkt das Volk in der breiten Masse hat genau die Art Führer die es verdient weil sie wählen die Lügner von denen sie wissen dass sie lügen denn Cummix Scholz das weiß jeder oder annähernd jeder ich weiß noch eine Kleinigkeit als die Wiedervereinigung kam da gab es nur einen einzigen der die Wahrheit sagte Oskar Lafontaine der sagte die Wiedervereinigung war teuer und wir werden sehr lange daran bezahlen und wer wurde gewählt Kohl der gesagt hat das kostet nichts das zahlen wir aus der Portokasse ich will damit nichts gesagt haben über die Wiedervereinigung es geht hier nur ums Prinzip die Leute wählen die Lügner die ihnen alles versprechen die die sagen zugeben ehrlich ich weiß es auch nicht besser die wählt keiner die finanziert keiner finanziert stattdessen ich weiß nicht wie es Hans Werner Sinn und Dirk Müller die leben wahrscheinlich jedenfalls besser als ich jedes mal wenn die eine Kamera vor sich halten erzählen sie im Brustton der Überzeugung sie wissen ganz genau was kommt und was sein wird und werden damit schweinereich ich weiß Bescheid ich bin der Experte das ist jetzt nicht bashing auf den beiden ich nehme sie nur als Beispiel weil sie vielleicht hier viele kennen und die belohnt die Menschheit wieder und wieder die dir sagen ich weiß Bescheid vertraue mich und die die ganze Welt mit ihrem Schein wissen weil sie es eben nicht wissen in die Scheiße reiten für die 1% ist es halt scheiße dass 99% kriegt was sie verdienen und die 1% einsichtsvollen mit drunter leiden müssen aber aber um Gott aus einer Vision an mich zu zitieren die Entscheidung vieler wird das Schicksal aller sein schönen ersten Advent